Glück auf meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge von Die Schlacht um Mitleide 2, ein Gefecht. Ihr wundert euch jetzt, warum hier bei Miniriat schon der Stern golden ist. Das liegt daran, dass ich bei der letzten Aufnahme gefehlt habe, dass ich nicht meinen Ton, das was ich spreche, vergessen habe aufzunehmen. Einfach das Programm vergessen habe. Daher spielen wir diese Map, der südliche Teil Eriadors zwischen dem Brandiweinfluss und dem Fluss Grauflut nochmal erneut. Hier stellen wir wieder in zufälligen Halten ein, drei schwere Gegner und los geht's. Und wir haben wieder die Orks, wie das letzte Mal, als ich diese Map gespielt habe. Nur sind wir diesmal links unten, letztes Mal waren wir rechts unten. Ja, letztes Mal hatten wir als Gegner zweimal die Elben und einmal nochmal die Orks. Mal sehen, wie's heute läuft. Auf, werde fertig mit Lahn. Arbeitet an eurer Einstellung. Da können wir nichts bauen. Erstmal ein Rohstoffgebäude und bauen wir gleich hier mal die Orkhöhle hier rüber. und holen uns hier mal die Fledermäuser. Dann können wir hier schon mal gleich mal spionieren gehen. Mordor haben wir einmal. So, gleich ein weiteres Rohschriftgebäude hier rüber. Da können wir nichts bauen. Jetzt wir da oben haben, haben wir Mordor. Die Höhle ist bereit. Hier drüben Zwerge. So. Ich dachte, wir sind fertig. Hier bittet euch den aus und bauen hier noch eine Höhle hier hinten rein. In den Wald. Und die Menschen. Also vier verschiedene Fraktionen diesmal. So, die Orks hier sind gleich fertig. Mit dir können wir hier gleich noch eine Orkhöhle bauen. Keine Quatsch, keine Orkhöhle. Einen Tunnel, mit dem wir Rohstoffe sammeln. So, mit den Ork-Kriegern hier sammeln. Gehen wir gleich zu diesem Gebäude hier rüber, wo wir dann, wenn wir es eingenommen haben, zusätzlich Rohstoffe bekommen. Und bilden gleich noch, oh, Bogenschützen aus. So, wir nehmen das hier ein. So. Das nächste baue ich noch ein Rohstoffgebäude. Hier runter irgendwo. Sollen wir hier hochbauen erst mal. So, das Gebäude haben wir schon mal. Das Lager, das Lager. Unsere Bogenschätzen sind behält. Da soll ich noch mal eine Truppe Orks ausbilden. Mach was euch befolgen! Und mit dir. Ja, komm. Eine Höhle hier rüber. Zack. Mach dich nützlich! Das ist gut. Können wir hier gleich noch eine Truppe Bogenschützen ausbilden. Das neue Gebäude ist hart hier zu tun! Und dann schon gleich den nächsten Tunnel. Hier hoch. 80 Prozent, ganz gut. So, dann fahren wir hier gleich weiter mit den Tunneln. Hier, ja. Wenn der hier fertig ist, bauen wir gleich eine Kluft für Trolle und Riesen. Unsere Bogenschätzen sind behält! Da kann ich nichts bauen! Bilden hier gleich noch nochmal Bogenschützen aus, die hier auch natürlich Giftpfeile schießen können. Mach was euch befolgen! So, mit dir. Du brauchst hier hinten mal ein Seegewäck, und viele Bäume, die bringen uns dann auch Rohstoffe. Wenn wir hier mal Pfeil-Türme, falls schon jemand kommt, was angreifen will. Unsere Bogenschätzen sind bereit! So, das sind alle noch für eins. Wir haben eine neue Kluft erschaffen! Sehr gut, dann bilden wir gleich meinen Troll aus, wenn wir 600 Kluft anmachen. So, oh, da kommen die ganzen Menschen. Die Minen werden angegriffen! Ja. So, ihr... Benutzt ihr mal die Giftpfeile. Ihr die Giftpfeile. Zack, auch mal schön rein. Und hier auch. So, jetzt sind die ja auch gleich mal vergiftet. Dann können wir gleich nochmal einen Org-Krieger an einen Troll bauen. Auf. Jawohl, die Frauen hier schnell die Natur machen. Ach, jetzt kommen hier unten die nächsten Menschen. So, da oben ist ja ein... ...ein Tunnel zerstört worden. Oh, hier ist hier... Zack. Ja, du kannst doch angreifen hier, toll. So, jetzt haben wir uns erst mal verteidigt hier. Hier könnt ihr euch mal aufstellen, nochmal alle. Und hier erweitern. Was? Och, nee. So, du gehst mal in den Tunnel hier. Och, nee. Gift. Ja, das Gift lohnt sich schon, wenn man vor allem am Anfang... ...wann man sich bei den Orgs einsetzen kann. ...ja, hier kann man erweitern. Ah, falsch. Da baue ich erst mal die hin. Hier kommt dann jetzt... ...die Spinnerweiterung. Ah, da war noch ein Pferd. Gut. So, der Obkönig ist auch da. Hier machen wir auch mal die Spinnenlöcher-Erweiterung. Und jetzt können wir bessere Nahkampftruppen für die Halbtholp-Bünder ausbilden, die nämlich, äh... ...Sperrträger singen. Und die sich gegen, äh... ...Kavallery lohnen. Während hier mal wieder... ...aber wir können uns mit den Fähigkeitspunkten hier Kriegsgesang erstmal holen. Und... ...mal rein. Ja, wir können wieder die Giftkling... ...mit die Giftpfeile auf die... ...Kavallery und hier auf die Touren machen. So, jetzt können wir auch gleich mal das Schatzlager bauen. Hier hinten erstmal. Zack. Um Upgrades zu erforschen. Das sind ja immer noch... ...von dem. So, du kommst ja mal raus. Ach, ne. Der tut euch aus der Träule. Ihr könnt auch mal da... ...mithelfen. Du da oben. Du kannst hier wieder einen Tunnel graben und... Ah, dieses Schatzlager ist noch nicht so weit. Hier können wir erweitern. Hier werden sie übernommen. Oh, als... Euer Köder hat viel zu tun. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir wären dann fertig. Sehr gut. Jetzt können wir hier erweitern. Die Minen werden angegessen. Hier können wir noch ein paar Burgenschützen ausbilden. Ja, schießt dich, Pfeile. Oder auch nett. So. Zack, was haben wir jetzt noch alles? Schatzlager ist jetzt einfach erweitert. Ja, gut. Das erweitern wir gleich weiter. Unsere Burgenschätzen sind bereit. Auf. Die Rohstoffe sind immer nur so... Dann können wir nochmal einen Troll hier gleich rekrutieren. Ja, du gehst hier wieder in den Tunnel rein. Sägewerk steht noch. Vielleicht können wir noch irgendwo ein Sägewerk hinsetzen. Hier oben. Hier sind nämlich auch Bäume. So, der Troll ist eine Arbeit. Das Schatzlager ist gleich erweitert. Dann können wir hier gleich mal die Feuerpfeile erforschen. Wir haben das Schatzlager erweitert. Du baust hier jetzt das Sägewerk. Wir haben einen Höhlentroll erschaffen. Sehr gut. Dann schicken wir auch gleich mal den Nahkampf. Ich glaube, ich rieche den Pfeilen. Oh, jetzt kommen die schon wieder hier. Hier. Die Pfeile schießen. Wir werden dann fertig. Ich höre. Flammenpfeile werden schon mal bereit. Und holen uns gleich mal die Beuterrüstung. Ja, jetzt töte doch den Einreiter hier. Wir werden sie überrennen. Kommen die hier schon mit Katapulten da, die Menschen. Macht euch bereit, Orks. So, doch, die Beschmiede in Klingen. Dann hätten wir alle wichtigen Upgrades. Ich höre. Vorwärts. Und wie viel kostet die 500? Werden wir noch einen Halb-Troll-Plünderer uns gönnen? Das Sägewerk wird angegessen. Ich freue mich, ihr Maden. Wir haben jetzt geschmiedete Klingen. So, dann fangen wir uns mal an auszurüsten hier mit euch. Fangen wir mal an. Mit den Halb-Trollen. Was sollten wir sonst noch bauen? Und du baust ein Sägewerk hier runter wieder. Mach dich nützlich. So, jetzt sind sie alle tot. Gut. Jetzt stellt euch mal wieder hier schön in Reihe und klüht. Hier, euch auch mal Upgrades kaufen. Euch auch. Auf, auf, auf. So Stoffe. Dann fangen wir hier mal an mit dem Feuerpfeilen. Hier können wir mal einen ersten Angriff fahren. Also auch die Menschen, die nerven uns grad extrem. Du gehst ja mal in den Tunnel rein. Da kommen sie ja schon wieder mit den Katapulten. Ja, ja. Dieses Land wird uns gehören. Hier. Upgraden erstmal. Ja, drei Troll am Start. Drei Porten Trollplünderer. Und Bogenschützen. Ja, dann gibst du mal auf die hier außer die Trolle. Hier geht mal da auf das Gehöft von dem. Das ist ein Schumpf, das ist der Ortkönig. Ja, die Bogenschützen. Jetzt, jetzt mal, hier kann man mal Kriegsgesang rein machen. Ja, die kann man auch mal. Hab Spaß, der Trolle. So, das müsste eigentlich gleich. Weiter so. So, erst mal die Kaserne machen wir hier auf dieses Katapult. Das ist jetzt wieder... Ja, ihr könnt auf die Pferde gehen. Die Kavala riefen denen. Ja, das Katapult. Auch nimmer. So, jetzt können wir uns hier Plünderer holen. Und auf die alle, auf die Festung zerstören. Festung zerstören, jawoll. Das gehen da oben ab. Das sind die Zwerge, kämpfen wir gegen Mordor. Oh, die sterben schön alle. So, die Werkstatt von denen noch warst du es schon. Ja, dann geht erstmal ja schön auf das Katapult. Und jetzt noch der Schießstand. Och, nö. Es kann sein, wenn der hier der Schießstand und noch da oben die Kaserne, die wir bauen wollen, dass die hier verschwinden, ja. Weil wir ihn jetzt vernichtet haben wollen, so. Können wir hier jetzt schön noch Rohstoffgebäude bauen, die hier bestimmt. Die hier ja jetzt... Also, wenn wir hier was siebt haben. Zack. Wer den Rest jetzt hier rüberkommt, und wir hier gleich hier den Drachenfürst rekrutieren können. Für 5000 Rohstoffe. Ist zwar viel, aber der ist auch stark. Er ist halt nur anfällig gegen Bogenschützen. Das muss man dabei beachten. So, als nächstes. Entweder kümmern wir uns zuerst als Krieger um Mordor oder um die Zwerge da drüben. Hier gibt es immer Arbeit. Wir werden danach fertig nützlich. Das Auge beobachtet uns. Baut! So, was haben wir eigentlich jetzt alles noch? Ruhe jetzt! Können wir noch... Ja, eine Truppe Bodenschützen geht noch. Aber wir können das letzte Upgradens jetzt noch kaufen hier. Haben wir alle. Die haben aber alle schon einen Bannerträger. Die brauchen das nimmer. Sehr gut. Kannst du ja weiterbauen. Das Gebäude ist fertig. Ihr habt nicht gefahren. Zack, zack. Die Bannerträger sind hier. Die Bannerträger. Hier bauen wir noch einen Baumeister. Euch pusten wir schön aus. Jetzt ist er schon wieder knapp mit den Rohstoffen. Aber hier können wir hier... Hier sparen wir noch auf den Wurm. Der ist nämlich relativ stark gegen Einheiten vor allem. Und gegen Gebäude eingeschraubt. Einen Troll können wir uns auch noch gönnen hier. Das neue Gebäude ist fertig. Arbeiter! Zack. Ihr wisst was zu tun ist. Macht was euch befreundet. Hey Baumeister, an die Arme! Zack. Und mit diesem Baumeister hier werde ich jetzt eine Spinnengrube noch bauen. Das einzige was mir uns noch fehlt. Hier haben wir uns gebäuden. Hier haben wir uns gebäuden. Oh, der Drachenfürst. Der Drachenfürst hat jetzt auch. Dann schicken wir den hier mal los. Und gucken was so alles hier abgeht. In der Mitte zum Beispiel. Wir werden dann fertig. Wir haben einen Öl. Arbeite an eurer Eins. Das neue Gebäude ist fertig. Das neue Gebäude ist fertig. Das ist auch noch Platz. Und wir hier können ja weiter noch. Das schicken wir in den Nahkampf. Ah, hier ist der Drachenfürst. Dann gucken wir hier jetzt mal ein bisschen rum. Wo? Ah, guck mal was wir hier haben. Hier kannst du mal den Feuerball rein. Und hier weiter angreifen. Ah, ein Dreizweger gelebt noch. Aber nimmer lang. Bam. Bam. Und noch der letzte. Den schiffst du auch noch. Komm. Wir haben den Feind gefunden. Wir sind auf einige Karten heute gestoßen. Hier drüben ist der Spitzpunkt. So, gleich erstmal auf die Burgen schützen hier. Guckt, da sieht man mal, wie stark der ist. So, hier auf die Ramme. Auf die Ramme. Und jetzt hier auf den. Und jetzt hier auf den. Das ist auch ins Mund. Oh, in dem macht er aber nicht so viel Schaden gerade. Probieren wir das mal mit dem hier. Oh, jetzt kommt hier Ah, gegen so ein normaler Landeinheit so ist ein Nahkampfeinheit ist ja schon stark Zack Oh, und hier haben wir mal voll den Rohstoffflüberschuss Hier erst Wir haben hier die Upgrades kaufen und hier werden wir den Wiesn-Mächter noch rekrutieren Meinerher mit seinem komischen Spezialattacke mitzukommen, Sauchensmund Hier Geht ja wenigstens auf Mordor hier Zack Und jetzt hier schön dein voller Feuerball rein Zack Zack Hier Einer lebt noch von denen Und jetzt kommt noch der Bannerträger dazu Und dann können wir hier schon den Drachenhort noch ausbauen Okay, drüben werden wir noch eine zweite Festung bauen Das war hier Weiter, weiter Hier auf die Orks Oh Da bekommen Kossan aber die drehen wieder auf Attacke Ah, jetzt können wir uns hier den Wurm gönnen Zack Jetzt gehen wir hier wieder auf das Schlachthaus Zack Hier auf das Schlachthaus kannst du auch mal So, nochmal hier weiter Erleitern Wir können nicht noch mehr Soldaten zählen Ich glaube, ich rieche den Feind Wo ist der Feind? Wo ist der Feind? Hier irgendwo, oder? Zack Und jetzt kannst du ja auf die Kossan gehen BAM Level 4 Was kann der noch? Ich gucke Feuer Feuer im Hansterstoff Zack, der kann sich hier schön leveln Netzt hier Was macht das hier eigentlich? Wenn der uns zurückwirft Ob das auch Das auch ist auch im Zweifel Funktioniert Auf die Bogenschützen Auf jeden Fall BAM Level 5 Der Rest lebt auch immer lang Hier hat die Festung mitgebaut Die ist auch schon gleich fertig Zack, 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 zack Die Upgrades Hier machen wir mal so Da hat die Riesen Zack, zack Und hier vorne noch die Spindlöscherweiterung Kannst du dir noch was bauen? Hier, ja, so Eine Töne Macht dich nützlich Die bauen ja wieder ihre Schlachthäuser Das sind auch irgendwo Einheiten Oh, da oben Alter Kommen die mit Katapulten Hier, ihr schickt euch mal da hoch Auf die Katapulte Was kann man hier eigentlich Nee, kann ich nicht Kann ich nicht hinsetzen Oh, das wird halt hier ein bisschen abgeschossen Hier, auf die Bogenschützen Zack Nein Zack Kannst hier auf die Bogenschützen noch gehen Bamm Hier noch den Bannerträger Zack Und auf die Oh, guck mal Ja Wir sehen, ob die hier auch vorbeikommen Hier, das Katapult Komm Zack Dann hier Hier, machst du mal das hier rein Bamm Junge Zack Ja, jetzt mal hier auf Oh, da ist ein einzelner Axtschleuder Der überlebt hat Oh Hier alle Hier Hier, mal hoch Oh, der Axtschleuder Oh Weg Weg Weg, weg Bringst dich mal hier in Sicherheit bevor du hier noch stirbst Und lieber Trogoth Ich höre Ich höre Ich höre Ich höre Ich höre Ich höre Euch alle machen mal Ja, Trogoth Ja, Trogoth Hier auch Und du auch Du bist zwei Du gehst hier hinten hin So, jetzt gehen wir hier auf die Orks erst mal Alter Alter Warum müssen Nass du Aber wir haben genug Bogen schützen, dass wir gegen den Gut ankommen ist Start Macht euch bereit, OGS So, der Hand auch 1 der ist alle können wir ja noch hier und den spiel anzeigen Ihr geht jetzt mal auf den Haradrim-Palast und danach auf die Festung. Dann mal bam hier. Schön den Kriegsgesang noch rein. Ihr könnt noch auf die Orkgrube. Hier auf die Korsan. Hier, setzen wir mal den Ohr an. Ich kann da ein bisschen aufräumen. So, Orkgrube, das ist nimmer. Letzte Festung. Auf. Da können wir uns gleich hier den Drachen holen. Sobald wir 25 Fähigkeitspunkte haben. So, hier da rüber. Hier auf die Taverne. Hier auf den Trollkäfig. So. Ah, ihr könnt auch die Drachen drauf. Und jetzt können wir uns den Drachen hier holen. Den wir dann drüben bei den Zwergen einsetzen werden. Allemal hier sammeln. Macht euch wieder an die Arbeit. Macht euch wieder an die Arbeit. Und es ist einer von mir. Was macht ihr da oben? Aber hier können wir gleich noch die beiden anderen Helden ausbilden. Nach einem Riesen. Das erforschen. Spinnenhalte. Wo greift er uns an? Drüben. Eine Truppe kann hier mal noch das Gebäude einnehmen. Zack. So hoch. Bauen. Komm. Zack. Er nimmt hier ein. Der Drachenfürst ist auch gleich soweit. So. Ne, dann benutzen wir noch nicht. Aber hier ist irgendwo der Ring drin. Hier ich stelle euch erst mal ordentlich hin. Dann sehe ich hier, wer da den Ring hat. Hier. Bringt den Ring mal zur Festung. Lädt ich nehmen wir mal in die 3. Das Tante. So. Wir meinen, die also auch noch kommen zu müssen. Aber das wird hier nichts, nicht viel bringen, ja. So, jetzt haben wir wieder unser Kommandeurs-Punkt-Limit. Ich muss aber schon überschritten, äh, was? Wir flündern unser Lager! Ja, jetzt aber nicht mal. Hier, ihr könnt noch abgegradet werden. Zack. Das Auge beobachten! Ach ja, ja, stimmt. Den Ring haben wir, ja. Und Sauron können wir jetzt noch bespüren. Ja, das, darauf warten wir jetzt noch. Dann werden wir mit Sauron angreifen. Wenn wir hier, mhm. Der Drogoff kann sich noch etwas leveln, hier. Guck mal. Schnell weg von der Miene! Och, nö. Wir haben viel zu tun! Ja, wir können mal da drauf, hier schön auf die Bogen schützen, ja, das weiß ich nicht ob das ja auch stark gegen Gebäude ist, ja, auf, ich seh'n, bamm, 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 das Ding auf die Bogen schützen hier und du siehst dich erst mal wieder zurück und hier, oh, da ist ein Held dabei Kannst ja mal auf den Helden gehen Gimli Gimli Auf, auf einmal So, da haben wir welche durchgemogelt, darum kannst du dich mal kümmern Ja, die Minen werden angegriffen Naja, die Minen brauchen noch ein bisschen Bamm Sie greifen den Baumeister an So, aber wir müssen für ein bisschen mal lang warten, aber, oh, sauf und dauert noch aber darauf warten wir jetzt noch Und sammelt ja schon alle hier unten Ah, da ist noch der, der Arzog Boah, die gehen auch nicht mal lange hier, da, die, das war, die Minen müssen mal eine Festung angreifen So, können wir nämlich jetzt hier wieder erneuern Zack, 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 hier, bamm Hier kommen wieder die nächsten hier Verneigt euch vor mir, ihr macht Bis mal hier rein So, jetzt geht der schön da, auf, hier, auf die Du machst hier schön, auf die Boden schützen, am Feuerbau So, raus aus dem Feuer, alle wieder nach hinten So, jetzt können wir auf die gehen So, ja, hier können wir auf die gehen Hier, nein, ihr geht nach hinten wieder So, jetzt können wir auf die gehen Die sind auch schon ausgerüstet hier So, jetzt können wir auf die gehen Wo ist die, ich grad Wo bleibt Sauron So, jetzt haben wir alle mal hier hinten dran So, jetzt können wir noch einen Troll ausbilden So, dann können wir noch ein Troll ausbildern Der lebt auch nimmer hier, zack, der zurück. Jetzt können wir uns hier noch was holen, hier die Menschen aus Thunland. Auf Sauron. Werde fertig. So, du kommst hier mal hier rüber. Ich bin Ander. Na, ist wieder Troll. Okay, das eigentlich, hier ist Sauron, ne, den kann man leider nicht in so einen Tunnel schicken. Aha, guck mal, was hier rumsteht, alles. Was soll ich hier machen? Rufen wir den Wurm. Zack. Wir greifen uns an. Ja, der macht die One-Hit da, die. Bam. Und hier Sauron noch unterwegs ist. Jawoll. Jawoll, schön frei mit dem. Wir werden angegriffen. Gut, zurück an die Arbeit. Haben wir hier oben, Hanel, ja, auch mal Baumeister. Und dir baue ich hier auch mal ne Festung. Zwar, ne. Das geht mal hier hin, damit wir hier auch noch Blick bekommen auf die, auf die Festung eventuell. Ne, der Wurm hat der Wurm hat ja schön aufgeräumt. Zack, Sauron ist auch da. Drogoth hat sich behandelt. Ja, Drogoth hat sich geheißen. Nicht sicher! Sauron, mein Gebieter. Das sind ja von vorne aus hier. Beweise mal deine Stärke, indem du hier auf die Mine gehst. Wir feiern direkt uns an! Wir leben in Hande. Alter, der machte Gebäude One-Hit. Wir tun Gott, so gehst du mal ein Stück zurück. Damit du nicht von diesem Bogenschütz erschossen wirst. Sauron macht das nicht so viel aus wie dir. Zack! Oh, hier schön jetzt rein. Bam! Zack! Hier schön rein mit einer. Jetzt mal alle hier drauf. Trogoff. Auch Trogoff. Bleibst du, Trogoff. Du kannst jetzt schön den Feuerball noch reingaben. Zack! So. Du kannst hier noch so ein Flammengeschoss auf das Kräuterfeuer. Hier gehst du leider mal wieder zurück. Überlastest du ja den anderen. Saug und darf natürlich mit seinem Feuerregen hier auch nicht fehlen. Ja, wir fehlen. Ja, du kannst noch auf das Gebäude dabei. Die Festung ist fertig. Zack, 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 zack. 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 Hier noch den Riesen und hier noch den Turm. Ah, jetzt hat er schon runterregen gelassen. Das haben wir leider jetzt nicht gesehen, aber... Hier ist der Saug und der ist schon stark. Guck mal, was da hinten noch ist. So, jetzt alle mal weg, außer Saug und... Dem werden wir den letzten Schlag machen gegen die Halle der Krieger hier. Und den Zwergen erstmal hier, die... Verlangen... Wegschnetzeln. Ja, die fangen weg. Dann gehen wir direkt aufs Gebäude. Auf... Bam. Und noch einmal, Sauron, mein Gebieter. Sark. Haben die Orks gewonnen mit der Hilfe von Sauron, dem Gefürchteten. Hier haben wir zwei... Festungen haben wir noch errichtet. Ja, sind... Eigentlich immer weit vorne. War auch im Endstand. Zwerge haben sich gut geschlagen, aber leider nicht gut genug. Für mich... Hier können wir noch gucken. Lieblingseinheit, Gebirgsries, obwohl wir nur einen gebaut haben. 39 Minuten haben wir gespielt. Nach sechs Minuten haben wir schon unseren Orkkönig gehabt. Haben alle fünf Helden ausgebildet, ja. Noch mal die Zahlen. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao! Tschau! Bis zum nächsten Mal.